Danke, Frau Präsident. Ich glaube, es war wichtig, dass der Kollege Amesbauer vorher diesen Antrag eingebracht hat. Ich meine, wenn sich da der Herr Bürstmeier herausstellt und von der ÖVP schon als extreme Rechte spricht, dann weiß man, dass in der Koalition nicht mehr recht viel funktionieren kann. Und der Kollege Bürstmeier hat zumindest in einem Recht gehabt, der hat vorher gesagt, was sich nicht bewährt hat, das gehört gestrichen. Und genau so ist es mit dieser Bundesregierung. Sie hat sich nicht nur nicht bewährt, sie hat uns noch dazu ganz, ganz massiv geschadet. Also seint die Einsicht dürfte schon langsam zumindest bei den Grünen einkehren. Jetzt braucht es nur mehr gemeinsam den Stecker ziehen und des Landes eurer Geiselhaft entlassen. Aber ich möchte mich...